Wenn Bitcoin die 300.000 knacken sollte, Freunde, und wieder irgendwas mit einem 2021X abliefern sollte, dann will ich gar nicht wissen, was 2021X wäre genau 340.000. Wenn Bitcoin 340.000 knacken sollte, dann wollt ihr gar nicht wissen, was mit Altcoins los ist. Die würden so parabolisch ansteigen. Ich glaube, wir hätten sogar bei den schimmligsten Altcoins irgendwas von den 2030X. Im Anstieg bei den besten, im Durchschnitt, sehr oft, sogar in den Top 200, irgendwie 100, 200X Anstiege. Das kann sehr schnell gehen. Hi, welche Altcoins haben wirklich eine gute Qualität, so wie Elgrin und Falkon? Also du willst Altcoins, die eine gute Qualität haben und weniger wahrscheinlich extrem auf die Anstiege achten. Also eine gute Qualität, wenn wir jetzt einfach mal durchgehen, hat sowas wie Falkon, ja, aber hat natürlich auch Risiken. Elgrin hat eine gute Qualität, VET hat eine sehr gute Qualität. H-Bar hat das ein oder andere Drama und die einen oder anderen Skandale. Aber H-Bar hat eine gute Qualität. Quant hat eine sehr gute Qualität. Sui hat eine gute Qualität und ein sehr gutes Potenzial. Quant hat auch ein gutes Potenzial, aber braucht natürlich die richtige Zeit. Und Celestia, Pollux und Python, so schauen wir uns in der nächsten Zeit an. Und XLR sieht so aus, als ob es ein sehr, sehr gutes Fundament hat, gutes technisches Können. Und was gibt es noch? Flux hat gute Qualität. Sowas wie Orichain hat sehr gute Qualität. Also es gibt viele Projekte am Kryptomarkt, die gute Qualität haben. Und das ist ein sehr guter System. Vielen Dank.